Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ein Thema, was ich gestern leider verpasst habe, reinzunehmen. Apple Music gibt es ja nicht nur unter iPhone, respektive unter iOS, macOS und dem ganzen Apple-Ökosystem, sondern auch unter Android. Im Google Play Store findet ihr die entsprechende App dazu. Nutze ich auch gerne auf meinen Androiden, um Musik zu hören. Und die bekommt jetzt, dank Gleichstellung an sein iOS-Pandant, ein paar neue Funktionen. Unter anderem ein Dark-Mode, etwas, was es ja bei allen Systemen und überall ein bisschen gibt. Aber vor allem wichtig ist eine Chromecast-Unterstützung. Ab sofort könnt ihr nämlich Musik, die ihr auf eurem Smartphone oder Tablet abspielt, auf einen anderen Streaming-Kopfhörer, nicht Kopfhörer, Lautsprecher wiedergeben. Finde ich toll, finde ich gut und passt soweit. Auch ein Dark-Mode bekommen die beiden Apple-Apps, Apple-App Clips und iMovie fürs iPhone und iPad und iPod Touch logischerweise. Da gibt es jetzt überall ein Dark-Mode mit drin. Und auch sonst noch einige kleine Verbesserungen sind mit dabei. Zum einen der Share-Bereich bei Clips wird ein bisschen angepasst. iMovie kann jetzt mit externen Speichern wie SD-Karten, USB-Sticks und Festplatten umgehen. Und, und, und. Wer die Apps einsetzt, wird sich darüber freuen können. Nicht ganz so freuen konnten sich heute die Nutzer von Mario Kart Tour. Seit heute Morgen, also gestern Morgen besser gesagt, ist die App ja da. Man hat eine Mail bekommen, die meisten, die es vorbestellt haben zumindest, und oder es wurde direkt auch parallel im Hintergrund runtergeladen. Ich bin aufgestanden und hatte die App schon auf einem iPhone drauf. Und das finde ich natürlich ein ganz toller Service. Hat nicht viel gebracht, denn ja, es haben viele ausprobiert und Nintendo kann kein Online, wie der Jan immer so schön sagt. Es ging halt einfach nicht. Die Server waren down. Ich habe es dann erst am Abend wieder ausprobiert, da ging es zu spielen, hatte aber nicht ganz so viel Freude, weil mir alles ein bisschen zu lahm war. Ich habe beim Lenken ein bisschen Mühe gehabt und habe es dann auch schnell wieder beendet. Hat aber auch damit zu tun, dass ich gleich noch eine Telefonkonferenz vor mir hatte und noch eine Nachtschicht, unter anderem mit der Daily und allem drum und dran, die ich jetzt hier gerade aufzeichne. Ja, dann geht es weiter mit Apple TV und zwar weiter auch mit Spielen, nämlich Apple TV. TV OS 13 besser gesagt ist herausgekommen und mit der Erneuerung kann man jetzt auch Apple Arcade, also die ganzen Spiele spielen. Das zum einen über Controller, man kann ja Xbox und Playstation Controller am Apple TV anhängen und damit spielen, aber es gibt auch sonst kompatible Controller. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das machen müsst, auf dem Pogipsi.ch Blog gibt es Tutorials, wie ihr eben euren Xbox Wireless Controller oder den DualShock 4 Wireless Controller mit eurer Apple TV verbinden könnt. Aber ja, über 100 Spiele gibt es, die ihr spielen könnt. Wer noch nicht genau weiss, was da alles mit dabei ist und gerne eine Zusammenfassung hätte, im Link bei den Shownotes haben wir einen Beitrag von, was war das, MacGadget und die haben ein Video verlinkt, wo es in 100 Sekunden euch alle Spiele vorgestellt werden. Wer es noch nicht gesehen hat, sollt sich es anschauen, ansonsten lasst ihr es sein. Aber den Link findet ihr wie immer in den Shownotes, im Podcatcher eurer Wahl oder auf daily.geektalk.ch bei der 704. Ja, Amazon hat abgefeuert. Kurz bevor Google sein Event hat und wahrscheinlich eben auch neue Google Boxen vorstellt hat, so intelligente, hat das jetzt Amazon getan und neue Wanzen vorgestellt. Unter anderem ist das ein Echo Bud, so ein AirPod-Verschnitt, was für in die Ohren, um die Alexa reinzubekommen. Echo Glow, was farbig Licht ist mit Wanze für die Kinder. Dann ein Amazon Eero in der WiFi-Lösung haben sie vorgestellt. Der neue Echo Show in der achten Version. Echo Studio, der 3D-Audio liefern soll. Und, 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 und. Echo Dot, Grid Clock und so ein paar Dinge haben sie vorgestellt. Also ein richtiges Feuerwerk abgelassen. Wer sich da informieren möchte, Amazon.de ist da sicherlich kein falscher Anlaufpunkt. Auch vorgestellt haben sie eine neue Steckdose. Amazon Echo Flex nennt sich das Ganze. Das ist eine Steckdose, die, ja, ein Ding, das eure Steckdose smart macht. So rum ist das gewesen. Genau. Things ist eine App aus Deutschland, die es schon seit vielen Jahren gibt und eine sehr beliebte To-Do-App ist, die ein bisschen mehr kann und mehr macht als andere To-Do-Apps. Und die haben jetzt ein Update für iPadOS und iOS 13 rausgebracht. Wie immer schön früh mit dabei. Und, ja, was kann man da? Auf dem iPadOS kann man jetzt zum Beispiel zweimal die gleiche App öffnen und so per Drag & Drop Punkte von einem Leser auf die andere übertragen. Und noch weitere Möglichkeiten sind gegeben. Wenn es interessiert und die App hat, ich zum Beispiel, soll sich mal ein bisschen einlesen. Es gab auch eine Mail von denen, wo das Ganze erklärt wurde, schön mit einem Blogpost dazu. Ja, richtig vorbildlich halt. Facebook, das gab es gestern Nacht auch, habe ich da verpasst. Deshalb heute ein neues Startup übernommen. Control Labs, also CTRL Labs. Und, ja, was können die? Die steuern euren Computer oder möchten in Zukunft euren Computer, euer Smartphone, was auch immer, per Gedanken steuern. Heisst, ihr könnt dann bald mal schon denken, was poste ich heute auf Facebook und es tut es dann auch. Solche Dinge passen natürlich ins Facebook Reality Lab. Da ist man ja fleissig am Basteln und am Forschen im Bereich Argument Reality. Mark Zuckerberg hat ja vor kurzem gesagt, er hätte gerne auch so eine AR-Brille, wie Apple ja auch schon lange forscht und Google dran ist und Microsoft etc. Mal schauen, was daraus wird. Man sagt so zwischen 500 Millionen und einer Milliarde US-Dollar wurden da für den Verkauf oder den Ankauf der Startups in den Topf geschmissen. Nicht schlecht, aber ja, Facebook hat es auch. Google hat es auch und die haben bald was nicht mehr, nämlich das Leistungsschutzrecht. Wir hatten es schon länger nicht mehr, zum Glück, aber jetzt kommt es ja leider dann endlich auch aktiviert. Was heisst endlich, jetzt kommt es ja dann aktiviert und somit, ja, in Frankreich wird es soweit sein, dass es ab Oktober soweit ist, dass es eben in Kraft tritt. Und ab dann wird Google was tun, nämlich bei den ganzen Medienhäusern, die eben nicht möchten, dass Google kostenlos das Ganze präsentiert. Da wird Google einfach nur noch den Link, den Titel mit Link hinterlegen in den Suchergebnissen. Heisst keine Bilder mit ausliefern und somit würde oder wird ziemlich sicher der Traffic zusammenbrechen, weil ja, Google weiss ja, was seine Suchmaschine tut und weiss ja, dass die Leute, die ein Bild sehen, mehr draufklicken, als die nur einen Titel und ein bisschen Text sehen. Und ja, jetzt bietet Google natürlich den ganzen Medienhäusern was an und zwar, ja, die Möglichkeit, dennoch ein bisschen Text und ein Bild auszuliefern, so dass eben der Traffic nicht einbricht. Ganz witzig, eigentlich das, was sie vorher schon hatten, wieder zurück, aber ein bisschen anders und statisch wahrscheinlich. Es ist doch Haferkäs, das Ganze. Ja, komische Geschichte. Aber ja, es kommt. Gestern, vorgestern Nachmittag wurde es ja vorgestellt, das Mi Mix Alva. Wir hatten auch einen Blogpost dazu, direkt auf dem Pogipsi.ch Blog. Aber ich habe es verpasst, das Ganze in die Daily von gestern zu nehmen. Was ist das Mi Mix Alva? Zuallererst mal ein Smartphone, das ganz viel Geld kostet. Nämlich circa zwischen 2600 und 2800, nee, zwischen circa 2600 Euro, was circa 2800 Schweizer Franken sind. Und es ist ein sehr neuartiges Telefon. Man hat ja lange darüber gesprochen, dass eben das Gerät, das das sein wird, was bei Xiaomi das gefaltete Smartphone ist, ist nicht so. Es ist ein Rundum-Smartphone. Bis auf den schmalen Strich auf der Hinterseite, wo die Kamera verbaut ist oder Mehrfachkamera-Module, ist da nur Display. Auch um den Rand herum, überall alles Display. Futuristisch, ganz genial, aber wie es halt immer so ist, da leidet meistens die Software, vor allem die nicht optimierten Apps. Auf jeden Fall ist es aber dennoch extrem spannend, das Gerät und weckt so ein Haben-Will-Faktor, weil man es halt einfach noch nicht kennt in der heutigen Zeit. So, was hat das? Sehr viel Prozessorleistung, sehr viel RAM, nämlich 12 GB RAM sind da mit drin und alles andere. Ja, ist halt so was drin ist. Die Kamera ist sehr speziell, es ist eine Triple-Kamera, die sehr hoch auflöst und eben vor allem das Display ist sehr speziell. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht der eine oder andere Hörer ein Feedback dazu gibt, wie ihr das Telefon findet. Könnt ihr natürlich direkt auch auf dem www.pc.ch-blog tun oder hier im Kommentar oder via Twitter, Facebook, wo auch immer ihr möchtet. Ja, das waren es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Eine kleine Vorwarnung gibt es für morgen. Ich reise ja heute Morgen früh noch mitten in der Nacht in Richtung München ab. Ich bin einen Abend am Oktoberfest und ich kann nicht garantieren, dass das die Folge für den Freitag um 0400 draussen ist. Es kommt ganz darauf an, wie lang und intensiv das der Tag wird und allem drum und dran. Deshalb habt Geduld, falls es ein bisschen später wird, sprich in den Tag vom Freitag verlegt wird. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg und wenn ihr mögt, morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.